Come and fly away with me Come and fly away with me Wir betreten nun also das Schlafzimmer. Angeblich hat man hier die Rucksäcke der zwei Mädchen gefunden, die hier vor zwei Jahren verschwunden sind. Man hat sie nie wieder gesehen. Stellt euch das mal vor. Verschollen in diesem Haus. Vielleicht sind ihre Geister noch einmal hier. Sprach Sebastian mit der Kamera, während er ein altes Schlafzimmer verließ, in dem er im Stockbett stand. Neugierig ging er zurück in den Flur, auf dem David wartete und den Blick auf den Boden gerichtet hatte. Hörst du schon Stimmen, mein guter Freund? Bestimmt haben wir etwas auf der Aufnahme. Denn diese Räume sind wirklich besonders. Leute, ihr könnt das nicht spüren. Aber in diesem Haus lebt etwas. Ich kann es nicht beschreiben. Aber man spürt die Blicke von Leuten, die man nicht sehen kann. Ich kann vor allem schon ihre Stimmen hören. Manchmal bemerkt man die Schritte. Da! Hört ihr es? Habt ihr die Schritte auch gehört? David, hast du... Doch weiter kam Sebastian nicht. Genervt nahm ihm David die Kamera aus der Hand, ehe er durchatmete und etwas in sich hineinknurrte. Kannst du den Scheiß mal lassen? Wir sind doch nicht so. Deine Art geht mir echt auf die Nerven. Fauchte er seinen besten Freund an. Skeptisch musterte Sebastian ihn. Lehnte sich dann an die staubige Wand und sah aus dem Augenwinkel, wie sich die Tapete an einer Ecke schräg über ihm löste. Was ist denn los mit dir? Seit wir hier sind, benimmst du dich total seltsam. Wir haben die Videos doch immer so aufgenommen. Oder warst du mit wem anders unterwegs? Ich kann mich da an einen David erinnern, der auch anders an die Sache rangegangen ist und begeistert durch leere Häuser gelaufen ist, der angeblich irgendwo Stimmen gehört hat oder Schritte. Und jetzt tust du so, als hättest du das alles nicht gegeben? Warum bist du nur so angespannt? Ja, sie nahmen beide diese Arbeit sehr ernst. Aber was war jetzt mit seinem Kumpel los? Sie hatten zusammen so viel Spaß gehabt, hatten die Aufnahmen ausgewertet und bis jetzt hatten sie auch immer irgendwas gefunden. Vermutlich auch, weil sie etwas finden wollten. Aber jetzt sträubte er sich ja komplett dagegen. David, meinte Sebastian sehr ruhig, aber doch bestimmt. Ich will jetzt wissen, was hier gespielt wird. Warum sind wir hier? Du hast mit dem Auftraggeber gesprochen. Ich habe ihn niemals kennengelernt. Was ist hier los? Langsam bekam Sebastian nämlich Zweifel an allem. Es gab noch einen Grund, aus dem sie hier waren. Und mit dem war David bisher noch nicht rausgekommen. Dieser atmete durch. Ihm wurde bewusst, dass er seinen besten Freund nicht anlügen konnte. Eigentlich wollte er das auch gar nicht. Denn er hatte ihn noch nie angelogen. Ja, es gibt etwas, worüber ich vermutlich mit dir reden sollte, gestand er leise und deutete Sebastian an ihm zu folgen. Zu zweit gingen sie zurück in die Eingangshalle, wo David die Akten der verschwundenen Personen hervorkramte und zwei Akten seinem Freund reichte. Sebastian griff nach dem braunen Papier und blinzelte erstaunt. Bitte? Das ist doch erst ein paar Tage her, murmelte er leise. Mit einem schweren Seufzen nickte David. Ja, eigentlich sind es sogar nur vier Tage. Ich kenne eins der Mädchen, weißt du? Wir hatten uns erst vor kurzer Zeit kennengelernt und sind zusammen ausgegangen. Es ist nichts Ernstes, aber es sollte es werden. Ich finde sie wirklich toll. Und als sie mir von dem Auftrag erzählt hat, ihr Fotos zu machen, war sie total aufgeregt. Irgendwie hatte ich von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Seitdem meldet sie sich nicht mehr. Ich war bei der Polizei, aber die haben nur ihre Daten aufgenommen und sich seitdem nicht mehr bei mir gemeldet. Vermutlich denken die, sie würde nichts mehr von mir wissen wollen. Aber Kate ist nicht so. Wir haben uns wirklich verstanden. Und ich wusste, das mit ihr ist was Besonderes. Kennst du das Gefühl? Erstaunt musterte Sebastian seinen besten Freund, musterte die Fotos der Mädchen und musste etwas lächeln. Ich glaube, ich weiß, mit wem du ausgegangen bist. Mit der hübschen Rothaarigen hier, nicht wahr? Sie würde zu dir passen, meinte er leise und atmete durch. Also hast du mich angelogen. Und wir sind hier, weil du nach deiner kleinen Freundin suchst. Und sich erzuckte David mit den Schultern. Ja, ich will einfach wissen, was los ist. Kate hat auf nichts mehr reagiert. Sie geht nicht ans Handy, jetzt ist ihr Akku leer. Und genau das hätte sie im Leben nicht getan. Würde sie nichts mehr von mir wissen wollen, hätte sie mir genau das ins Gesicht gesagt. Murmelte er leise und atmete durch. Ich weiß, sie ist hier gewesen. Und ich möchte rausfinden, was hier los ist. Wir haben von ihr keine Spur gefunden. Nicht einmal den Wagen, mit dem die beiden hergefahren sind. Nicht mal eine Spur ist davon zu sehen. Kate ist mit ihrer besten Freundin hergefahren. Die ist Fotografin und Kate war aufgeregt. Sie sagte, sie wollte sich schon immer mal so ein Lost Place ansehen. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ich habe mich über den nächsten Ort informiert, an den wir beide gehen wollten. Und im Forum habe ich Kate kennengelernt. Wir haben uns sofort verstanden. Da wollte ich sie treffen und damit fing alles an. Eingehend musterte Sebastian seinen Kumpel, legte die erste Akte zur Seite und ein Lächelnack auf seinen Lippen. Sie bedeutet dir wirklich was, hm? Sonst bist du noch nie einem Mädchen nachgelaufen. Dabei wirkt die Kleine noch ziemlich jung. Denkst du wirklich, dass sie dich nicht einfach nur ghosten will? Mit diesen Worten öffnete er die zweite Akte und stutzte etwas. Er kannte das Mädchen nicht. Aber alleine der Blick, der ihm von dem Foto geschickt wurde, ließ ihn eine Gänsehaut bekommen. Irgendwas löste es in ihm aus. Auch wenn er nicht sagen konnte, was genau das war. Die zwei sollen also seit drei oder vier Tagen hier sein. Und wir finden wirklich nichts von ihnen? Finde ich seltsam. Es muss irgendwas von dem Mädchen zurückgeblieben sein. Oder hat jeder jemand seine Finger im Spiel? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Am Ende hatte hier jemand die zwei jungen Frauen gefangen genommen und ihre Spuren verschwinden lassen. David senkte den Blick und kaute auf seiner Unterlippe herum. Damit machte er deutlich, wie sehr er genau vor Sue einer Szene Angst hatte. Vier Tage, murmelte er leise und sah sich etwas um. Was meinst du, wie lange kann ein Mensch ohne Essen und Trinken überleben? Sofort winkte Sebastian ab. So habe ich das jetzt beim besten Willen nicht gemeint. Jetzt stell dir doch nicht vor, dass die zwei hier tot herumliegen. Sonst wäre doch noch irgendwas von ihnen zu finden. Müll, Rucksäcke, besonders weil sie mit einem Wagen hergekommen sein müssen. Die sind doch nicht zu Fuß gelaufen. Also werden wir jetzt erstens nach dem Auto suchen. Das muss draußen irgendwo stehen. Mach dir jetzt bitte keine Sorgen und denk dir das Schlimmste, hörst du? Wir finden deine Kleine schon. Und das soll wirklich was Ernstes werden? Lächelnd nickte David, während er jetzt doch erleichtert war, mit seinem besten Freund über diese ganze Sache gesprochen zu haben. Das hier war nicht einfach nur ein Lost Place, in dem sie nach Geistern suchten. Eigentlich wollte David keine Spuren von Toten finden, weil er sonst immer fürchten musste, auch Kate könnte tot sein. Aber die Frage ließ ihn einfach nicht in Ruhe. Wie lange konnte ein Mensch ohne Essen und Trinken überleben? War Kate verletzt? Oder ihre Freundin? Warum meldeten die beiden sich so lange nicht? Es musste irgendwas geschehen sein. Irgendwas stimmte an diesem Ort nicht. Vom ersten Moment an hatte sich David hier nicht wohlgefühlt und mit jeder Sekunde, die er hier war, wurde es schlimmer. Sebastian musterte ihn noch einmal und musste dabei doch lächeln. Bisher waren die meisten Frauen für ihn einfach nur ein kleines Abenteuer. Aber mit der hier meinte sein Kumpel es wohl doch ernst. Allein deswegen musste man sie finden. Dann kam der arme Kerl vielleicht auch mal unter die Haube. Aber wollte Sebastian das eigentlich? Immerhin wäre er dann der einzige ohne Freundin in seinem Freundeskreis. Dabei fiel sein Blick wieder auf das blonde Mädchen und ein Lächeln huschte über seine Lippen. Kurz darauf zwang er sich wieder dazu, sich zu konzentrieren und errasberte sich. Gut, dann nehmen wir hier nur noch auf, um für uns zu arbeiten. Suchen wir nach Hinweisen. Vielleicht hilft uns ja doch jemand aus der anderen Welt. Lassen wir alles weiterlaufen und suchen wir im Garten erst einmal noch Spuren von dem Wagen. Der kann sich ja nicht in Luft auflösen, nicht wahr? Und reiß dich ein bisschen zusammen, murmelte er noch leise. Irgendwie würde es schon weitergehen. Aber auch ihn beschlich immer mehr das Gefühl, irgendwas würde hier nicht stimmen. Bisher hatte er noch nie erlebt, dass ein Haus so etwas wie eine Aura haben konnte. Aber er wurde gerade eines Besseren belehrt. Dieses Haus strahlte etwas aus, was er noch nie erlebt hatte. Und wenn Sebastian daran glauben wollte, war das hier mit Sicherheit ein Ort, an dem sich Geister aufhalten würden. Auch wenn hier wohl keine Beweise dafür gesammelt werden konnten, weil es diesmal zu persönlich war, vermutlich würden sie genau hier ihrem ersten Geist begegnen. Ein Schrei schreckte Kate auf. Ein Schrei, wie sie ihn noch nie zuvor gehört hatte, so schrill und panisch, dass er ihr durch Mark und Bein ging. Sofort rannte sie los in die Richtung, aus der dieser Schrei kram. Und fragend sah sie ihre beste Freundin an, die kalkweiß an der Wand lehnte und sich die Brust hielt. Da drin! stammelte sie außer Atem und deutete mit dem Finger auf den Raum, aus dem sie gerade gekommen war. Kate hob eine Augenbraue an, betrat den Raum dann aber und sah sich aufmerksam um. Es schien ein kleines Wohnzimmer zu sein, mit grünen Möbeln und Bücherschränken überall an den Wänden. Eigentlich ein sehr gemütlicher Raum, in dem sie sich sicherlich wohlgefühlt hätte. Doch dann bemerkte Kate, warum ihre Freundin eben so losgeschrien hatte. Auf einem der Bücherregale saß ein Clown. Also eigentlich eine Clownspuppe. Mit roter Nase, scheinbar aus Porzellan, und mit breiten roten Lippen. Das groteske Grinsen zog sich von einem Ohr zum anderen. Der Blick hing leer an der Wand gegenüber, und in den dünnen Ärmchen lag eine kleine Tröte. Eigentlich ein ziemlich hässliches Ding, wenn Kate ehrlich war. Das Teil hatte ich so erschrocken, fragte sie nach und sah zu Jen, die mit klopfendem Herzen wieder hereinkam. Ihr Blick war fest auf den Clown gerichtet, der unschuldig an seinem Platz saß und harmlos wirkte. Lach mich jetzt nicht aus, murmelte sie leise und blieb dicht an der Seite ihrer Freundin stehen. Aber eben hat er dort noch nicht gesessen. Ich bin diesem Clown heute tatsächlich schon mal begegnet, oben, in einem der Flure. Da hat er auf einem kleinen Hocker gesessen und sich nicht gerührt, aber du siehst ihn doch jetzt auch, oder? Er sitzt da oben auf dem Schrank, nicht wahr? Mittlerweile zweifelte Jen stark an ihrem Verstand. Es war dunkel, die Taschenlampen warfen seltsame Schatten, und das ein oder andere Mal glaubte sie, einen von ihnen durch die Gegend huschen zu sehen. Das war überhaupt nicht möglich. Damit rief sich Jen immer wieder zur Ruhe. Aber es war nicht zu leugnen, dass dieser Clown jetzt dort saß, wo er nicht sitzen sollte. Kate lächelte und legte in ihre Arme um ihre Freundin herum. Denkst du nicht, dass der Clown einfach zweimal in diesem Haus sitzt? Vermutlich ist er noch immer dort oben im Flur und lacht sich schief, weil du denkst, dass er sich bewegt hat. Manche mögen diese komischen Dinger. Sei mir nicht böse, Clown, aber ich würde dich bestimmt nicht in mein Haus stellen. Du würdest mir nämlich den ein oder anderen Schauer über den Rücken laufen lassen. Da war sie ehrlich. Eigentlich hatte sie mit Clowns keine Probleme, aber in diesem Haus war irgendwie alles anders. Vermutlich hätte sie Jen sogar geglaubt, dass es sich um einer denselben Clown handelte, wenn diese versucht hätte, ihr das zu erklären. Zum Glück nickte die Blondine etwas und seufzte. Ja, vermutlich hast du recht und ich bin einfach nur hysterisch, murmelte Jen leise. Aber ich war mir so sicher, weißt du? Ich war mir sicher, dass es der gleiche ist und dass er jetzt oben nicht mehr im Flur sitzt, sondern hier. Aber du hast recht, sowas ist albern. Vermutlich hat sich der Besitzer einfach nur zweimal den gleichen Clown gekauft, schön ist er nicht, aber das mögen ja genug Menschen. Und sie benahm sich wie ein kleines Mädchen und schrie hier herum. Nur gut, dass außer ihrer besten Freundin niemand etwas davon mitbekam. Wie hätte sie das denn erklären sollen? Verlegen lachte sie darum und kratzte sich an der Wange. Schön, dass wir hier alleine sind. Wie hätte ich das denn erklären sollen? Du behältst das doch für dich, oder? murmelte sie am Ende leise. Beruhigend sah Kate sie an und nahm sie in den Arm. Keine Sorge, ich werde mit niemandem darüber reden, flüsterte sie leise und lächelte aufmuntern. Und lass uns weiter suchen. Hast du noch einen Schlüssel für den Zimmer gefunden? Weit sind wir ja noch nicht gekommen und es will auch gar nicht wieder hell werden. Dabei werde ich langsam müder. Wäre es hell, würden wir bestimmt schneller vorankommen und konnten diesen Ort schneller wieder verlassen. Kate trat an das kleine Fenster und blickte in den Garten. Der Mond stand hell am Himmel und doch fühlte sie sich falsch. Alles fühlte sich für sie falsch an. Was war das hier nur für ein Ort? Vielleicht, vielleicht sollten wir doch so schnell wie möglich versuchen, wieder von hier zu verschwinden, meinte sie darum leise und sah unsicher zu Jen, die dem Clown noch immer nicht aus den Augen ließt. Nun riss sie sich jedoch von der Porzellanpuppe los und nickte etwas. Ja, vielleicht hast du recht. Wir sollten uns schlafen legen und dann von hier verschwinden. Ich fühl mich ja auch nicht wohl. Das alles hier ist doch nur verrückt. Wer schließt denn jedes Zimmer mit einem eigenen Schlüssel ab? Das ist das Geld nicht wert. Wir sollten morgen einfach wieder in den Wagen steigen und nach Hause fahren. Die Fotos kann wer anders machen. So dringend brauchen wir das Geld auch wieder nicht. Eigentlich schon, aber in den beiden Frauen erwachte ein nie zuvor gekannter Fluchtreflex. Weg von hier. War alles, woran sie noch denken konnten. Zusammen verließen sie den Raum wieder und bemerkten das leise Lachen vom Bücherregal her nicht. Aber ich kann nicht noch Johnson Zu spür malен. Schade. Hahaha!